Die Eltern schenken den Kindern tatsächlich zum 18. Geburtstag sowas wie Doppellied, Operation und... Was? Ja, wirklich. Hallo Leute, ich bin Silvie und willkommen zu einem neuen Bettgeflüster hier auf Bedside Stories. Heute habe ich mir die liebe Hazel mit ins Bett geholt. Ihr habt schon vielleicht den ersten Teil auf Hazels Kanal gesehen. Wenn nicht, dann huscht da gerne mal rüber. Wir verlinken es euch auf alle Fälle mal. Und falls ihr von Hazel kommt, dann solltet ihr auf alle Fälle den Kanal hier abonnieren, falls euch die Themen Liebe, Sex und Verhütung interessieren. Wir reden da hier ganz offen drüber und auch ganz oft sind YouTuber wie Hazel da oder auch andere prominente Leute, die ihr kennt. Und die quetsche ich dann so ein bisschen aus zu ihrem Liebes- und Sexleben. Vielleicht Dinge, die ihr noch gar nicht wusstet über die Person. Und es ist auf alle Fälle jedes Mal spannend. So und bei dir im ersten Teil, Hazel, haben wir mit der Frage aufgehört, ja, ob deine Eltern anders reagiert hätten, wenn du keinen asiatischen Freund mit nach Hause genommen hättest. Ja, sie hätten anders reagiert. Also sie haben mir von vornherein gesagt, es kommt uns kein Nicht-Asiate ins Haus. Oh, das ist aber krass. Ja, das limitiert einen voll und beschränkt einen. Ja, voll. Hattest du dann auch Angst, dass du dich vielleicht in einen Nicht-Asiaten verliebst und dann quasi vor der Situation oder vor der Schwierigkeit stehst, okay, ich muss das meinen Eltern irgendwie beibringen? Ja, ich hatte schon Angst. Zum Beispiel bei meinem allerersten Freund. Der war ja deutsch tatsächlich. Oh, okay. Und ich hatte da sehr, sehr Angst. Und ich glaube, das hat mich auch ein bisschen zurückgehalten, mehr Gefühle zu zeigen und ich wollte es ganz schnell beenden. Oh Gott. Ja, und dann haben deine Eltern den ja tatsächlich nie kennengelernt. Und wie war das dann, als Dirk nach Hause zu dir das erste Mal? Also beziehungsweise du hast ja schon erzählt, wie deine Eltern ihn das erste Mal kennengelernt haben. Das erfahrt ihr auf Hazels Kanal. Aber wie war der Umgang dein mit Dirk oder ist der jetzt mittlerweile, nimmst du den überhaupt noch mit nach Hause zu deinen Eltern mit oder ist das so ein bisschen immer noch so, hm, die haben noch nicht geheiratet? Nein, jetzt ist es tatsächlich so, dass sie immer fragen, wo ist er denn? Warum kommt er nicht? Und wenn wir auf dem Familienessen sind, fragen sie, muss er heute arbeiten? Also jetzt gehöre er wirklich zur Familie und tatsächlich hängt er im Wohnzimmer mit aufs Familienfoto. Da ist er mit drauf. Oh, wow. Ja. Der darf auch jetzt nicht mehr weg, ne? Ja, genau. Was würde passieren, wenn ihr euch trennen würdet? Ich glaube, meine Eltern werden mehr traurig als ich. So hart ist es schon geworden, ja. Meine Eltern haben ihn richtig ins Herz geschlossen. Und ich bin auch so froh darüber, ja. Das ist eigentlich ganz schön. In Asien hat man auch tatsächlich ja andere Schönheitsideale als in Europa. Weil du ja gemeint hast, okay, eigentlich ist dein Typ ja ein ganz anderer. Ja. Und was würdest du sagen, was sind da so die Unterschiede? Vielleicht kannst du das so ein bisschen herauskristallisieren für die Zuschauer. Also was ich ganz lustig finde, ist, dass Europäer, die möchten gern gebräunt sein und gesund aussehen, sozusagen. Und bei Asiaten ist es dann genau das Gegenteil. Sie möchten gern sehr, sehr hell sein, weil das steht für Wohlstand. Und Asiaten streben tatsächlich das europäische Schönheitsideal an. Also sie möchten ganz große Augen haben, helle Haut und sie schminken sich dementsprechend, beziehungsweise in Korea. Lassen sie sich auch gern dementsprechend operieren. Ja, stimmt. Also ich habe auch schon oft gehört, dass in Asien Schönheitsoperationen noch mehr normal sind. Oder zum Alltag gehören schon fast. Dass alle die Nase gemacht haben, dass es so voll normal ist, als jetzt zum Beispiel hier. Also das gibt es ja natürlich auch und es ist auch irgendwie toleriert. Aber dort ist es ja schon fast so ein bisschen, gehört irgendwie zum guten Ton, oder? Ist das wirklich so? Das ist beispielsweise in China und Korea so, dass die Eltern schenken den Kindern tatsächlich zum 18. Geburtstag sowas wie Doppelliedoperation und... Ja, wirklich, weil es ist anscheinend wichtig, in China schön auszusehen, damit man einen besseren Job kriegt. Das ist schon ein bisschen krank. Oh, aber auch krank, dass die Eltern das dann den Kindern schenken, weil ja quasi dann so das Gefühl vermittelt wird von den Eltern. Du bist nicht schön genug, hier, wir schenken dir eine Schönheitsoperation. Ja, aber das ist... Das finde ich heftig. Ja, das ist aber sehr, sehr gängig. Wahnsinn. Jetzt ist es ja auch oft so, dass asiatische Frauen als sehr süß angesehen werden. Hast du damit schon mal Probleme gehabt? Weil du sagst, eigentlich würde ich auch gerne mal als sexy angesehen werden, aber es ist schwieriger, weil die Leute mich nicht so wahrnehmen. Also ich habe das oft gelesen tatsächlich, dass es so ein bisschen ein Problem ist aus der Sicht einer asiatisch auszusehenden Frau. Also es ist tatsächlich auch genetisch bedingt. Ich habe jetzt wieder den Fakt vergessen, aber ich habe mal ein Video darüber gemacht, dass wir... Unsere Knochenstruktur ist ein bisschen kindlicher, so wie... So zum Beispiel, dass wir eine hohe Stirn haben, das ist ja ein bisschen säuglingsartig. Deswegen sehen wir... Und eine kleine Nase. Genau, deswegen sehen wir sehr süß aus. Und ich persönlich hatte nie ein Problem damit. Ich muss nicht als sexy betrachtet werden, weil ich ja auch nicht sexualisiert werden möchte. Aber ich hatte damals ein bisschen Angst, weil ich war auf einer Oberstufe, da waren nicht so viele asiatische Jungs sozusagen. Ich hatte Angst, dass mich die nicht-asiatischen Jungs nicht toll finden vom Aussehen her. Was? Echt? Warum? Weil du nicht europäisch aussiehst? Erstens nicht europäisch, aber auch nicht... halt wirklich nicht sexy. Ah, okay. Also war das schon ein Thema früher für dich? Ja, also von der siebten bis zur achten hatte ich das Gefühl, dass sich gar kein Junge für mich interessiert. Das fand ich aber auch. Aber es hat mich richtig traurig gemacht. Aber es hat sich plötzlich geändert, als ich aus der Pubertät war. Da bin ich aufgeblüht, ja. Okay, was würdest du denn vielleicht den Leuten da draußen als Tipp geben, wenn man sexy aussehen will, aber man wird einfach in die Süß-Kategorie gesteckt? Den einzigen Tipp, den ich habe, ist wirklich, dass man selbstbewusst ist, weil egal, ob der eine das süß empfindet, irgendjemand da draußen wird dich als sexy empfinden, ja. Den finde ich sehr gut, das unterschreibe ich so. Du hast ja auch in manchen Videos schon erzählt, dass du oft rassistische Anfeindungen bekommst, auch gegenüber deinem Aussehen. Wie gehst du damit um, also was machst du dagegen, beeinflusst dich das? Mich beeinflusst das nicht mehr. Also als ich mit YouTube angefangen habe, doch schon sehr stark, da habe ich die Kommentare mir zu Herzen genommen. Aber ich habe in meinen Videos schon sehr oft erwähnt, dass jeder Kommentar, der nur über mein Aussehen ist, egal ob positiv oder negativ wird, ignoriert. Weil ich brauche auch nicht die Kommentare, dass man mich hüpf findet oder sowas. Genau, ich versuche das auszublenden, egal ob positiv oder negativ. Ja, weißt du, was ich immer sage? Wenn Leute dein Aussehen beurteilen, dann finden sie auf der inhaltlichen Ebene einfach nichts. Und eigentlich ist das was Gutes. Ja, was Gutes für das Video. Genau, und so drehe ich das, weil ich mir denke, ja gut, wie du schon sagst, also es geht ja nicht, auf deinem Kanal geht es ja auch nicht um Aussehen, bei mir auch nicht. Deswegen ist es mir eigentlich auch wurscht, ob Leute finden, dass ich gut aussehe oder nicht. Und ich glaube, so kann man das drehen, dann ist einfach inhaltlich alles in Ordnung. Ich finde auch, das Aussehen ist ja auch wirklich das Einzige, wofür du nichts kannst. Und wenn du jemanden beleidigst für etwas, was er nicht kann, dann sagt das was über dich aus. Es sagt sowieso immer, wenn man Leute beleidigt, eher was über einen selbst aus, als über die andere Person. Genau. Von daher, falls ihr irgendwelche Kommentare bekommt über euer Aussehen, dann versucht mal so ein bisschen euer Mindset so aufzubauen. Es gibt ja auch einen totalen Druck einfach heutzutage auf Social Media. Ja, ich meine, diese ganze perfekte Instagram-Welt ist natürlich schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel auch in der Pubertät ist. Hast du das auch so mitbekommen, dass dich das irgendwann mal belastet hat? Vor allem, ja, weil du im europäischen Raum lebst und natürlich die Standard-Instagram-Models natürlich ein ganz anderes Bild verkörpern. Hat dich das dann irgendwie belastet oder folgst du dann auch eher asiatischen Leuten? Es hat mich tatsächlich nicht so belastet, weil ich habe mit Social Media sehr spät angefangen, was auch ganz gut ist, wenn man schon herausgefunden hat, was für einen so das Schönheitsideal ist, dass man dann erst mit Social Media anfängt. Und ich folge tatsächlich eher asiatischen Schönheiten, weil, ja, warum? Weil du dich wahrscheinlich besser damit identifizieren kannst, oder? Genau. Und dann natürlich ist das näher an einem dran, logischerweise. Wobei ich früher auch immer die Blondinen toll fand. In Girlbands und so wollte ich immer die Blonde sein, weil ich immer blond sein wollte, bis ich irgendwann akzeptiert habe. Okay, du hast ja einfach keine... Blonden Haare. ...nach Naare. Ich fand die auch immer dann am schönsten, so wenn es eine Vierer-Band ist, die eine Blonde, die war dann immer am schönsten. Die war. Die war. Sandy von O'Angels. Genau. Bestes Beispiel. Falls ihr die noch kennt, dann schreibt es in die Kommentare. Unbedingt. Jetzt hast du ja gesagt, du hast sehr spät mit Social Media angefangen. Was würdest du denn deinem Teenie-Hazel-Ich raten, wenn du in der heutigen Zeit leben würdest als Teenie? Ich würde Teenie-Hazel raten, sich auf das Positive zu fokussieren, denn ich habe früher tatsächlich, als ich jung war, eine Liste geführt mit Sachen, die ich an meinem Körper schön finde. Oh, wie schön. Ja. Ist ja richtig clever. Ja, da habe ich zum Beispiel aufgezählt meine Augen, meine Haut, also wirklich jedes Körperteil, aber dann habe ich mich zu stark darauf fokussiert, was nicht auf der Liste stand. Mhm. Genau. Und deswegen würde ich halt meinem Teenie-Ich sagen, fokussier dich auf das Positive, weil das ist das, was du hast und das ist das, was dich besonders macht. Genau. Man muss immer mit dem arbeiten, was man hat. Genau. Genau. Und das hat wahrscheinlich dann auch kein anderes. Ja, ich würde sagen, das ist immer ein schönes Ende. Schreibt alle Listen mit positiven Sachen an euch oder schreibt es vielleicht auch mal in die Kommentare. Am besten, ich würde sagen, drei Sachen könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr an euch mögt. Und danke, Hazel, dass du da warst. Ja, es hat mir voll viel Spaß gemacht. Ja, es hat mir voll viel Spaß gemacht. Wir liegen hier so gemütlich. Ey, das ist ein richtig tolles Format für euch. Ja, falls ihr jetzt den Kanal noch nicht abonniert habt, immer noch nicht, dann solltet ihr das jetzt auf alle Fälle tun. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch ein Däumchen nach oben da lassen. Und bei Hazel dürft ihr natürlich auch vorbeischauen. Und wir haben auch noch ganz viele andere Videos hier. Also klickt euch gerne mal durch. Wir bleiben noch bei der Liene, kriegen noch ein paar Kekse und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss.